Wie war das Rennen heute für dich? Sehr gut war es, ja. Perfekte Stimmung. Wetter war toll, nicht so warm. Und landschaftlich toll. Die Leute super drauf. Mit einer von den besten Veranstaltungen, die ich so erlebt habe. Und ich war schon bei vielen verschiedenen. Viertelmarathon gibt es ja nicht oft, gell? Aber es ist eine coole Distanz, hat sehr viel Spaß gemacht.